moin moin meine lieben freunde ihr habt jetzt bestimmt um 16 uhr mit einer folge kann das was gerechnet ich auch sieht obs wohl nicht so ja obs hat mir heute erstmal hardcore mäßig den mittelfinger ins gesicht gehalten ihr so richtig schön schon fast in die nase gesteckt würde ich ja meine also das ist unfassbar gewesen ich will man will die aufnahme starten erst mal schon froh genug dass der rechner wieder einigermaßen läuft dann starte die aufnahme aber obs beendet es nicht nachdrücken des aufnahmestoppen knopfes ich weiß nicht wieso robin ist auch gerade dabei sagt mal hi wir sind ja schon beide seit ungefähr anderthalb stunden damit zugange das problem zu lösen ich weiß ihr könnt euch jetzt fragen ja warum hat der idiot denn nicht schon vorher irgendwie ein bisschen aufgenommen ich meine ich konnte nicht riechen dass ob es jetzt auf einmal ein problem kriegt aber ich war auch über das wochenende war ich ehrlich gesagt hatte ich halsschmerzen gehabt husten krank und hast du nicht gesehen deswegen hatte ich das für nicht so gut gehalten da aufzunehmen ja jetzt weiß ich nicht ehrlich gesagt wir haben das internet grob durchforstet schon es gibt anscheinend nicht der einzige mensch dieses problem hat wir versuchen auf jeden fall das problem heute noch zu fixen entschuldige tue ich mich dann natürlich sowieso vielmals für dass das jetzt so ist aber es ist halt so ja hast du noch irgendwelche abschließende worte brust ja alles klar mit diesen wunderschönen worten wünsche ich noch einen schönen tag wenn es heute noch irgendwie klappen könnte und ich noch was hochladen kann dann werde ich das auf jeden fall tun ich hoffe ich bin morgen pünktlich noch zu dat arian da fähig mit der scheiße ja aber wir müssen erst mal gucken ja und in dem sinne euch noch einen schönen tag und bis dahin macht's gut hause hause